Herr Gaddafi, jetzt nochmals wegen der Geiseln. Wir sind doch Freunde. Was meinen Sie, wen könnten wir mit Ihren Geiseln rechnen? Also doch nicht. Danke für den Bescheid, auch wenn er negativ ist. Das ist jetzt nett, dass Sie sich Zeit genommen haben von mir. Und einen herzlichen Grüße an Ihren Sohn. Das ist das ein Schmerz. Ja, das ist das. Ja, das ist das.